Hallo, heute senden wir euch hier aus der Fabi einen kleinen Weihnachtskurs zu. Gieß aus dein Heiligfeuer, rühr Herz und Lippen an, dass jedes deiner Kinder dich erkennen kann. Geist Gottes, Geist Gottes, Geist Gottes, Geist Gottes, Geist Gottes, Geist Gottes, komm. Der Herr segne euch mit allem, was euch dient. Der Herr schenke euch Freude in euren Herzen und gieße mächtiges, lebendiges Wasser über euch aus. Der Herr sei auf all euren Wegen euer Schutz. Möge alles, was ihr heute beginnt, gesegnet sein. Mit diesem irischen Segenswunsch wünschen wir euch fröhliche Weihnachten und kommen sie gut ins neue Jahr.